So, heute grüßen Sie, meine Damen und Herren, ich komme hier zurück zu Trials Fusion mit der Eisenschmelze, ja, C4X, Pitwiper, 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 also entweder bin ich dumm, das Rennen zum Inneren ist gerade aus dem Hersticht im Ende, nein, also entweder bin ich halt wirklich dumm, Oh mein Gott, was zum Teufel, wow, ist das krass, oh mein Gott, wow, nein, Oh mein, wer, 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 was, 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 ja, natürlich, das war irgendwie zu erwarten, Oh, okay, ja, gut, ich habe gedacht, man muss, ja, so kann ich das auch, Oh. Wirklich, also manchmal sind das echt so richtige kleine Säcke. Kann man nicht anders sagen. Oh, eh. Ja, come on. Nein. Ja, okay. Kann man auch so machen. Nee, ist auch okay. Oh, nee. Mein Gott, sag mal. Die Blödsinn. Sind wir heute schon wieder? Ja, ja. Wow, wow, wow. Wow. Oh, mein Gott. Ja, sowas. Oh. Oh, shh. Oh, aber mal voll. Wow. Wow. Was bin ich denn für ein krasses Viech? Nein. Nee. Ja, okay. Nein, 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 nein. Mein Gott. Wie ich immer dann auf meinem Vorderrad runtergrinde. Wow. Wow. Ich bin so ein Biest. Manchmal. Jetzt nicht. Oh, shit. Oh, ja, klar. Ja, genau. Ja, gut. Oh, oh, was? Und los. Sehr cool. Okay. Jetzt bin ich schon, was kommt. Warte, da bin ich jetzt nicht drin, oder? Nee. Okay, ich verstehe. Daraus werden meine Figuren, oder was? Okay. Gut, warum nicht? Ein Fehler weniger und ich hätte Silberg. Oh, mein Gott. Was? Da geht's runter? Ach, du Scheiße. Da geht's runter? Extrem. Na, klar. Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ging's da auch runter? Oh, shit. Hä? Warum hab ich das denn? Ach so, das war extrem. Ach, das ist ja lustig. Ach, ich bin ja lustig. Nee, da gab's das. Ah, da gibt's das witzigerweise nicht. Empire of the Sky. Da gab's das witzigerweise auch nicht. Ach, erst da gab's das. Ach so. Ah, ja, klar. Gut, dann spüren wir halt mal. Dann gehen wir halt nochmal kurz zurück, ne? Klar. Ja, selbstverständlich. Okay. Man kann auch einfach mal ganz sporadisch so ein ganzes Teil vergessen. Aber, okay. Woher soll man das denn wissen, ne? Also, erstmal ohne Ritz. Möchtest du irgendeinen Trick machen? Ne, okay. Ja, okay. Ist okay. Das nimmt ja keiner jetzt. Yeah. Jawoll. Wow. Was war das denn? Alter. Ne, da mach ich jetzt hier garantiert nix. Da mach ich auch nix. Das ist halt echt ganz schlecht für meine... Oh, 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 oh. Oh, wow. Alter, oh mein Gott, wusste ich ja nicht, dass man da hier auf einmal voll die Tricksen anfangen kann. Ja, okay. Was? Okay. Diese Pinguine, das ist so geil. Passiert da noch irgendwas, Pinguin? Ganz erscheinend nicht. Okay. 80.000 Points. Wow. Okay. Technik-Parcours. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Wenn du zu schnell hochkommst, wirst du verbogen. Komm, so weit wie möglich, bevor du das rausschaut. Oder du knusprig verbrannt wirst. Oh, ich verstehe. Okay. 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 Das ist ja geil. Alter, sehr interessant. Oh, da darf man hier ja nicht zu... Okay. Das ist ja interessant, das ist interessant. Dabei auch nicht zu krass sein. Oh, yes. Boah, ist das mies. Oh, willst du mich verarschen? Dann scheitert es echt an sowas. Okay. Gut. Noch 80 Meter hat ihn gefehlt. Okay. Ja, nee. Das ist jetzt nicht, was ich nochmal probieren muss. War ganz lustig. So. Ja. 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 Feindlieb. Nachdem wir es ja, ja, wahnsinniger Grube in Arbeiter. Ja. Im Magen flow und Verbrennung dritten Grad ist. Natürlich. Ach so. Ja, das ist ja schön. Kurz zu wissen. Mein Gott. Oh, ja, wow, 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 wow. Ey, du kleiner Sackl-Zemento. Ja, das war jetzt irgendwie... Was zum Teufel? Geil. Okay. Ist das... Okay, gut. Jawohl. Auch nochmal. Okay. So. Wow. Oh, wow. Heiliger. Ja, sehr gut. Er macht einfach mal nix. Er tut einfach mal dieses verdammte Steuergerät zwischen die Eier... Ja. Er findet es geil. Okay. Er findet es cool. Er findet es cool. Hä? Okay. Ja, genau. Woher soll man es auch zum Teufel wissen? Okay. Man hätte ja aber mal voll ausholen können. Okay. Das wusste ich natürlich nicht. Ja, gut. Ich meine... Ja, komm. Da wollen wir jetzt hier nicht so bingelig sein. Kreise der Hölle. Okay. Schauen wir mal. Cyber wollen wir einfach das gehen. Weil ich vom rechten Weg mich abgewandt. Okay. Bin gespannt, was kommt. Bleib im Weg, sonst gehst du in Flammen auf. Jeder Kreis wird härter. Äh. Äh. Jetzt mich verarschne. Was zum Teufel. Ich hab einfach mal... ...das überschlechte Bike dazu, glaube ich. Scheiße, ey. Ich hab einfach mal übelst das schlechte Bike dazu. Ja. Mal voll. Komisch. Dass er die Kack nicht schweigt, ey. 450 Meter her, genau. So. Jetzt wollen wir hier ein bisschen... ...fokussiert sein. Ey, 400 Meter. Ich bin grad mal bei der Hälfte. Ja, ist okay. Ja, genau. Oh Gott. Oh, shit. Verdammt, ey. Ich sag mal, was ich verarschen. So. Probieren wir den Kack noch einmal. Ob wir da ja ein bisschen weiterkommen. Äh. Äh. Das war echt schon wieder so... ...so ungünstig gelandet. Bin aber wirklich ungünstig. Wirklich ungünstig. Hey. Ja. Okay, gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann machen wir's halt nicht. Dann leckt's mich da wohl am Arsch. Ja. Ihr könnt's mich doch mal alle. Einschalten. Scheiße. Fallout 1-0. Nein. Fallout. Fallout. Einfach mal Fallout gelesen. Ah. Cooler Roboter. Fallout 1-0. Ist das ein Spiel nur Fallout? Ich hab keine Ahnung. Megapolis. Ah. Okay. Also wir gehen jetzt hier mal schön in die... Ah. Okay. Schön in die... Futur. 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 Schön in die Futur. Okay. Alles klar. Aber es gibt hier nur Technikvakonmittel. Gibt's auch schwer. Warten wir mal kurz... Jetzt machen wir mal kurz... Oh shit. Okay. Bin ich mal gespannt. Naja. Auf jeden Fall. Nächstes Mal mit Fallout 1-0. Schauen wir mal. Wie es läuft. Machen wir kurz Pause. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich hatte's einen tollen Fall. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch am nächsten Mal wieder bei... ...Joyals Fusion mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben. Und ich sage für heute... Auf Wiedersehen. Tschüssi.